ja hallo und herzlich willkommen heute ein etwas anderes video denn heute will ich euch einen neuen partner vorstellen und zwar handelt es dabei um instant gaming wie ihr schon hier seht ja vielleicht kurze erklärung was ist instant gaming ist eine internetseite wo ihr günstig spiele kaufen könnt und günstig heißt wirklich günstig denn weil ich habe mein beispiel rausgesucht xcom 2 zum beispiel kostet aktuell bei steam 40 euro bei instant gaming 28 50 und das ist nur ein beispiel von vielen wichtig ist mir bei dem thema jetzt nicht nur dafür dass ihr günstig spiele bekommt sondern ganz klar ihr könnt mich damit supporten denn unter den meisten videos oder unter jedem video gibt es jetzt hier einen ref link unter dem könnt ihr auf diese seite kommen könnt euch zudem ganz normalen konditionen die spiele kaufen und ich bekomme da eine kleine provision dafür ist kein geheimnis aber ich mache es auch nur deswegen weil ich wirklich selber auch vor der partnerschaft schon selber kunde von instant gaming war denn ich finde wirklich dass die das sehr gut machen ich habe den ein oder anderen shop in der vergangenheit von anderen seiten besucht aber da gab es da mal da probleme der key ließ sich nicht aktivieren es war anstrengend jemand zu erreichen und das ist hier anders und definitiv besser und für mich ist wichtig dass ein partner nicht nur mir persönlich also alcaramba was bringt sondern auch euch so ist es bei aqua tuning mit alpha cool das kann so geile gewinnspiele machen und so wird es auch bei instant gaming sein denn auch hier kann ich jetzt dank den jungs und mädels vor ort ein gewinnspiel im monat darstellen mit einem spiel eurer wahl das wird sieht nicht anders aus als wie hier ihr seht hier das ganze geht noch 23 tage gewinnspiel mit alcaramba gewinne ein spiel deiner wahl das heißt ihr könnt hier sagen auf welches spiel habe ich bock keine ahnung formel 1 oder handheft auto oder was weiß ich und dann einfach let's go und ihr nimmt schon ziemlich einfach daran teil ihr werdet nicht mit spam mails überflutet oder sonstiges es ist einfach eine coole sache euch da vielleicht was zukommen zu lassen mir ist noch mal wichtig zu betonen dass meine partner wirklich bewusst ausgesucht sind mit alphacool und aqua tuning habe ich eine super tolle partnerschaft die im prinzip ja eine firma ist mit instant gaming jetzt auch einen neuen partner wo ich sage hey der bringt den kanal weiter er bringt mich für meinen hoffentlich berufsleben weiter aber er bringt auch den kanal und euch weiter denn ihr bekommt damit jetzt einfach die möglichkeit die chance was zu gewinnen was es sonst einfach gar nicht gegeben hätte denn ohne partnerschaftsstatus gibt es so was nicht ich bekomme auch mehrere anfragen seit der twitch kanal gerade im besonderen sich gerade gut entwickelt und bekomme jetzt immer mehr anfragen von vielen firmen die sagen hey kannst doch mal das machen kannst du mal das machen aber ganz ehrlich das mache ich nicht weil am ende des tages will ich den kanal damit nicht überfluten ganz klar und es muss auch immer qualität dahinter stecken und das kann ich bei den firmen mit denen ich bisher zusammenarbeite wirklich sagen und meine hand dafür ins feuer legen zu sagen okay das passt es hat hand und fuß bei instant gaming war ich eben lange zeit davor selber kunde und habe einfach noch gute erfahrungen gemacht das war es auch schon ich würde mich sehr freuen wenn ihr in den videos unten einfach mal den ref link drückt wenn ihr euch ein spiel kauft ihr unterstützt mich es kostet euch nicht mehr das spiel bleibt alles immer gleich ich bekomme nur eine provision mehr ist es nicht nicht mehr aber auch nicht weniger also wenn es stört dass er jetzt vielleicht das ein oder andere instant gaming logo hier auf dem kanal sieht das tut mir sehr leid aber ich denke dass das definitiv zu verschmerzen ist im gegensatz zu dem was wir da an vorteilen generieren ja damit war es das auch schon mehr ist es gar nicht heute ich hoffe ihr versteht diesen schritt kopf auch dass die meisten es gut finden und sich für mich freuen weil ich selber bin sehr froh so einen coolen partner an der hand zu haben weil das ist für mich ja immer noch hier so eine kleine youtube wurst ist nicht selbstverständlich ist und besonders auch auf twitch nach wie vor eine kleine twitch wurst ist auch nicht selbstverständlich ist aber in dem fall hat es geklappt ich freue mich sehr darum und darüber und sagt vielen lieben dank auch für euren support weil wenn ihr nicht dabei werdet wenn ihr den kanal nicht schauen würde wenn ihr nicht abonnieren würde und so weiter und so fort dann wäre das hier alles nicht möglich deswegen vielen lieben dank ich kann euch allen eine gute zeit wünschen und wenn ihr ein spiel kauft dann gerne über instant gaming von mir gibt es den alkaramba finger nach oben